Die erste Frage im Forschungsgespräch. Erzählen Sie etwas über sich. Ist doch ganz einfach. 1998 habe ich das gemacht, 2005 war ich Filialeiter, 2010 habe ich eine Weiterbildung gemacht. Nein, so geht das nicht. Das ist falsch. Wir alle kennen diese Frage, aber nur die wenigsten wissen, wie entscheidend sie ist. Denn der erste Eindruck zählt und in der ersten Minute kannst du das ganze Interview versauen, kannst du dich komplett ins Ausschießen. In der heutigen Folge erkläre ich dir die Hintergründe dieser Frage, welche Stolpersteine es dabei gibt und was du in der ersten Minute tun musst, um alle deine Mitbewerber hinter dir zu lassen. Wieso ist diese Selbstpräsentation so wichtig? Die Selbstpräsentation ist ein grundlegendes Element im Forschungsgespräch. Sie gibt dir die Chance, dich natürlich perfekt zu präsentieren und du kannst dir zu 99% sicher sein, dass diese Frage immer kommt. Also kannst du dich darauf auch perfekt vorbereiten. Mit dieser Frage prüft der Personaler gleich vier Dinge ab. Erstens, passt der persönliche Eindruck zu deinen Unterlagen? Zweitens, gibt es Widersprüche? Drittens, schaffst du es, das Ganze selbstbewusst und sicher rüberzubringen? Und viertens, passt das, was du erzählst, zum Unternehmen und gibt es einen Bezug zur ausgeschriebenen Stelle? Und genau deshalb hat diese Frage einen sehr hohen Stellenwert im Bewerbungsgespräch. Und du kannst hier vieles falsch machen. Aber mit der richtigen Vorbereitung kannst du hier einen riesen Pluspunkt gleich am Anfang des Gesprächs sammeln und den Verlauf des weiteren Gesprächs bestimmen. Und wie du das genau machst, mit ein paar ganz einfachen Tricks, das erzähle ich dir jetzt. Was beinhaltet eine gute Selbstpräsentation? Sie beinhaltet nicht, dass du einfach von der Grundschule über deinen Freischwimmer bis zu dem jetzt machst, einfach alles runterratterst. Sondern es geht darum, dass du das ganz fokussiert erzählst und ganz klar Bezüge herstellst zu dem, was du bis jetzt gemacht hast, deine Erfahrungen und Kenntnisse und dem, was das Unternehmen erwartet. Das ist der entscheidende Punkt. Wie ist jetzt eine perfekte Selbstpräsentation aufgebaut? Wichtig, egal ob du Berufseinsteiger bist oder ob du schon 30 Jahre Berufserfahrung hast, so eine Präsentation dauert zwischen zwei und fünf Minuten. Und deswegen solltest du dich gut darauf vorbereiten. Um es perfekt zu machen, kannst du dich an der Drei-Schritte-Formel orientieren. Ich bin, ich kann, ich will. Ich bin, da geht es vor allen Dingen um die Fakten, was hast du wann gemacht. Ich kann, da geht es halt um die Erfahrungen, deine Kenntnisse, die du gesammelt hast, die Erfolge, die du erzielt hast in Bezug auf die Stelle. Und ich will, warum passt das Ganze, was du bis jetzt gemacht hast, idealerweise perfekt auf die Stelle, auf die du dich gerade bewirbst. Und wie immer geht es nicht nur um den Inhalt, also was du erzählst, sondern natürlich auch wie du es erzählst. Also nicht monoton runterrattern, sondern hey, wenn du einen tollen Erfolg erzielt hast, dann können deine Augen auch mal leuchten. Du darfst auch gerne deine Hände benutzen. Wir wissen alle, dass das natürlich viel lebendiger rüberkommt, als wenn du ganz monoton da sitzt, auf deinen Lebenslauf guckst und das runtererzählst. Wie bereitest du dich richtig vor? Du kannst gerne deinen Lebenslauf vor dich legen, weil man hat nicht immer 100% alle Daten im Kopf. Das ist vollkommen okay. Und das Beste, was du natürlich machen kannst, dass du das vorher ein paar Mal übst. Das heißt, du weißt, du gehst zum Vorstellungsgespräch oder du hast ein Video-Interview. Du gehst es einmal durch. Entweder mit jemandem, den du kennst, der dir gegenüber sitzt. Du kannst es aber auch auf Video aufnehmen und dann kannst du es dir später nochmal anschauen und sagen, ah, das könnte ich noch ein bisschen besser machen. So bekommst du Routine. Und so kannst du auf die wichtigsten Punkte eingehen. Wichtig, nicht auswendig lernen, weil das klingt dann immer sehr merkwürdig, sondern vielleicht dir nochmal mit einem Textmarker die wichtigsten Punkte highlighten, die du erzählen willst. Das würde ich dann in der Präsentation nicht mehr machen. Dann nimmst du neutralen Lebenslauf. Aber fürs Üben ist das sehr, sehr gut. Gehst zwei, drei, vier Mal durch, bis du sagst, hey, das passt für mich. Dabei kommt es nicht darauf an, dass du penibel jede einzelne Position aufzählst und beschreibst. Über manche kannst du vielleicht eher hinweggehen, weil sie nicht so relevant sind. Und über andere, da gibt es eher einen Schwerpunkt, wo du sagst, hey, da gibt es Punkte, die ich da gemacht habe, die halt perfekt zum Unternehmen und der Stelle passen. Wie sieht das Ganze in der Umsetzung aus? Hier habe ich eine klare Anleitung für dich und es gibt ein paar richtig coole Tipps, mit denen du ganz einfach andere Mitbewerber ausstechen kannst, indem du einfach viel, viel besser bist. So, der erste Trick erfordert ein bisschen Mut. Das bedeutet nämlich, dass du, wenn du diese Frage gestellt bekommst, führen Sie uns doch bitte mal durch Ihren Lebenslauf, stellen Sie sich bitte mal vor, dass du dort nochmal eine Frage stellst. Also, vielen Dank für die Einladung, mache ich sehr, sehr gerne. Vielleicht vorab noch eine Frage. Wenn Sie jetzt an diese Stellenbesetzung denken und Sie stellen sich vor, der Stelleninhaber ist da. Was sind die wichtigsten Eigenschaften? Was sind die wichtigsten Kenntnisse, die so jemand mitbringen müsste, damit Sie sagen, die Stelle ist perfekt besetzt? Der Vorteil an dieser Frage ist, dass du natürlich nochmal Hinweise darauf bekommst, welche Punkte du in deinem Lebenslauf ganz besonders betonen musst. Das ist schon mal super entscheidend. Auch wenn du diese Frage nicht stellst, dann musst du natürlich Annahmen treffen, die du aus Vorgesprächen hattest oder die du aus der Stellenanzeige hast. Aber es ist immer nochmal gut, das zu hinterfragen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, also so wie ich das richtig verstanden habe, geht es Ihnen bei dieser Position vor allen Dingen um den Punkt erstens, zweitens, drittens. Sehe ich das richtig? So und dann kommt da meistens was, weil die wollen eigentlich gerne auch was von sich erzählen, von dem Unternehmen und von der Stelle und dann bekommst du ganz viele Hinweise und dann mein Tipp, schreib das mit. Also es wird auch gerne gesehen, wenn der Bewerber was mitschreibt, weil das heißt, hey, der nimmt mich ernst, der nimmt das wichtig und der notiert sich auch die Sachen. So und dann kannst du Schritt für Schritt in deiner Selbstpräsentation diese Punkte abarbeiten. Wenn die sagen, nee, erzählen sie erst mal was von sich, dann gehst du wieder zurück auf die Punkte, die du aus der Stellenanzeige notiert hast. Du kannst zum Beispiel auch sagen, also aus meiner Sicht sind für diese Position, so wie ich sie verstanden habe, die Punkte 1, 2 und 3 die wichtigsten. Und auf die würde ich in meinem Lebenslauf gerne besonders eingehen. So und dann bekommt man es, ja, stimmt oder ja, da gibt es noch diesen oder jeden Punkt, mitschreiben und du kannst deine Präsentation darauf anpassen. Und jetzt noch drei persönliche, zusätzliche Tipps von mir, wie du mit deiner Präsentation punkten kannst. Punkt 1, super, super wichtig, du sprichst niemals schlecht über deine Kollegen, deine ehemaligen Kollegen, deine Chefs, deine ehemaligen Chefs. Punkt 2, Emotionen und Begeisterung, du willst die anderen ja mitreißen. Und wenn du einen Erfolg erzielt hast, wenn du ein tolles Projekt abgeschlossen hast, wenn du besondere Kenntnisse erworben hast, wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast, dann kannst du das auch mit Emotionen und, naja, einem gewissen Maß an Begeisterung rüberbringen. Wie schaffst du das besonders? Überlege dir zu den Themen, wo du sagst, hey, ich bin besonders gut im Projektmanagement, weil ich habe hier dieses und jenes Projekt mit so und so vielen Leuten in der richtigen Zeit abgeschlossen. Dabei habe ich das erreicht. Und dann überlegst du dir dazu noch eine Geschichte. Damit wird es lebendig und klar. Und der letzte Tipp, bleib flexibel. Also schau dir die Stationen an, sei sicher in deinem Lebenslauf, sodass du auch auf Rückfragen antworten kannst. Dann so, ja, was hat denn damals der Chef über sie gedacht, warum sind sie denn da weggegangen? Auch diese Wechselmotivation, die da drin ist, überleg dir, welche Fragen kommen können und überleg dir im Vorfeld idealerweise die Antworten. Gerade wenn da Sachen sind, die vielleicht erklärungsbedürftig sind. Du hast eine kurze Station, du bist irgendwo während der Probezeit rausgegangen, du hast eine Phase gehabt, wo du nicht gearbeitet hast. Überleg dir dafür Antworten. Was haben sie denn in der Zeit gemacht? Der Schlüssel zum Erfolg ist hier also die Mischung aus guter Vorbereitung und einem gewissen Maß an Improvisationskönnen. So, und das perfekte Tool für die richtige Vorbereitung für diese Frage ist eine Tabelle, wo du eintragen kannst, hey, das sind eigentlich meine Kenntnisse, meine Stärken, meine Erfahrungen. Das sind die Belege dafür. Also wir hatten ja gesagt, hey, Projektmanagement, Projekt 1, 2, 3 mit diesen und jenen Ergebnissen und idealerweise die eine oder andere Geschichte dazu, möglicherweise sogar ein Testimonial. Da hat mein Chef gesagt, hey, wenn der nicht gekommen wäre, wenn sie nicht gekommen wäre und das Projekt hier übernommen hätte, dann wären wir in riesen Probleme gekommen. Solche Sachen sind immer mega stark. Und wie du das für dich aufbaust, dazu habe ich eine extra Folge für dich aufgenommen, wie du diese Checkliste aufbauen kannst. Und es gibt sogar einen Download, wo du ein Muster für diese Checkliste, das du selber ausfüllen kannst, kostenlos runterladen kannst. Den Link findest du hier unten und natürlich in den Shownotes vom Podcast.